hallo da bin ich wieder ganz flott hintereinander weg ja ich möchte euch noch meinen adventskalender von create smile zeigen ich denke das geht bestimmt noch ein bisschen schneller als von kreativ bunt wer die kalender von create smile kennt weiß ja dass in jedem türchen ein kleiner a6 stempel drin ist und ein türchen nummer 27 27 ja das wäre auch toll in türchen nummer 24 ein a7 stempel set wartet mal jetzt bin ich verwirrt nein blödsinn in den ganzen türchen sind a8 stempel set ich komme mit der größe durcheinander und in türchen nummer 24 ein a7 stempel set ein etwas größeres so jetzt sind wir richtig und ich würde sagen ich zeige sie euch auch gleich wir fangen einfach an und dann ja ich bin gespannt was ihr dazu sagt mein fazit kommt natürlich auch wieder ich glaube ich bin jetzt im dritten jahr mit den create smile adventskalendern ja das ist das dritte ja und ja die tatsache dass ich drei jahre hintereinander weg bestellt habe ist ja wahrscheinlich eigentlich schon eine aussage aber da kommen wir dann dazu wenn wir hier fertig sind so der erste stempel der drin war war dieser kleine süße franz hier einmal dieser igel auf der eisscholle ja ich glaube es ist ich weiß gar nicht habe gar nicht so drauf geachtet also im letzten jahr war es sehr ausgewogen und total cool du hattest immer ein motiv stempel im wechsel mit einem text stempel diesmal war es glaube ich nicht ganz so ich glaube diesmal waren es überwiegend motiv stempel aber wir gucken mal so hier haben wir wie gesagt ein motiv stempel dieser kleine schnuffige igel auf der eisscholle am schlitzschuhlaufen eislaufen einmal den wir packen mal beiseite obwohl wir lassen die liegen damit wir uns die alle noch mal angucken können so natürlich in nummer zwei da haben wir hier einmal klein aber oho dieser kleine freche spatz mit seinem schal klein aber oho hier haben wir noch ein paar abdrücke die man dann praktisch in den schnee setzen könnte ja auch toll ich natürlich nummer zwei so türchen nummer drei ist dann ein text stempel den ich richtig cool finden hier haben wir einmal nur für dich gestempelt und mit viel liebe hand gemacht und wieder in der tollen geletterten schrift von christine es sind immer so viele nach bei so vielen shops ja und man merkt sich irgendwie oder versucht sich wirklich jeden vornamen zu merken manchmal muss man dann erstmal noch vorher kurz überlegen nicht dass man den falschen namen sagt ja wie gesagt also ich finde es immer ganz toll dass die christine die alle immer selbst schreibt und so richtig cool und ich finde die schrift ja sowieso total fetzig ja hier haben wir auch noch mal so einen kleinen herz banner mit dazwischen und trennstreifen sehr schön gefällt mir richtig richtig gut da mal dahin natürlich noch mal vier haben wir einen nussknacker und auch diesen finde ich tatsächlich echt cool weil der hat mich als ich das türchen geöffnet hatte am vierten dezember hat er mich sofort an den film der nussknacker erinnert und ich liebe diesen film ich liebe ihn einfach und deswegen wird das auch ein stempel sein der bei mir ja auf jeden fall eine bedeutung hat da haben wir noch mal ist natürlich auch cool alter knacker und hallöchen dafür kann man das auch verwenden so nummer fünf haben wir hier mäuse ein paar mäuse für dich sehr niedlich mit dem kleinen herz schwänzchen da hinten auch sehr süß wie gesagt die stempel set sind alle in a8 format also nicht zwingend groß nur dass ihr ungefähr so diese relation einzuschätzen wisst wie groß die motive sind obwohl ich kann euch das vielleicht auch mal kurz abmessen und zwar haben wir hier jetzt mal ohne den schwanz ist die maus drei zentimeter groß ja also die motive sind nicht mörderisch groß aber sie sind auch nicht winzig klein so dann haben wir türchen nummer sechs und wie soll es anders sein da haben wir einen nikolaus darin der ist für meine verhältnisse tatsächlich ist gut bei diesen kleinen stempel sets obwohl ich denke dass es auch an diesem ganzen kleinen aller leider also daran liegt dass man den nicht größer machen konnte weil für mich ist der tatsächlich ein bisschen zu klein ich hätte es cooler gefunden wenn der wirklich so diese größe gehabt hätte aber er ist drollig also erst schon drollig er hat hier seinen sack den er in die hand nehmen kann dann hat man hier ganz viele kleine motive die man noch dazu stempeln kann und da sind dann halt wirklich so motive wo es mir echt schwer fällt die zu kolorieren ja da kannst du gar nicht viel also es ist schwierig das alles noch so ordentlich zu schattieren und so und auch der nikolaus das finde ich dann immer wie kleiner die motive sind desto schwieriger ist es aber trotzdem ein süßes motiv so zunächst tücher nummer sieben haben wir einmal diesen franz den finde ich wieder richtig cool der ist irgendwie total witzig hurra es schneit ja sehr süß also wie ihr merkt diesmal sind es überwiegend motiv stempel was ich ein bisschen schade finde weil ich text stempel echt cool finde also richtig cool finde die kann man also die setze ich tatsächlich öfter ein ja aber gut wir schauen mal weiter und zwar haben wir dann hier mal ein text stempel du kannst mich mal liebhaben anrufen oder besuchen sehr cool gemacht finde ich super text stempel kommen hierhin so das nächste türchen ist natürlich wieder ein motiv stempel und zwar haben wir einmal diese zwei süßen galaktischen freunde galaktische geburtstagsgrüße auch drollig sind aber halt auch wieder relativ klein dadurch dass sie auf querformat jetzt gedruckt sind wenn man das jetzt mal so ein verhältnis sieht mit dem mit dem nussknacker finde ich das schon relativ klein ja einmal den so dann haben wir noch ein stempel den finde ich persönlich total cool und zwar ist das dieser hier ja mal eine jukebox oder musik box oder wie auch immer finde ich richtig toll gerade ich ich bin ja ich musik gehört für mich einfach zum leben dazu und das fände ich richtig super gefällt mir gut so dann haben wir mal wieder einen text stempel worüber ich mich sehr freue und zwar zum thema einladung einladung ich freue mich auf euch wir freuen uns auf dich diese möglichkeiten hat man hier gefällt mir gut so dann ein motiv stempel und zwar haben wir hier diesen party dino der ist natürlich auch lustig für mich aber wieder also ich finde es immer relativ schwierig ich bin eher ja wie soll ich sagen als ich bin halt ein freund von etwas größeren motiven damit man die karte auch ordentlich ja nicht vollgepackt bekommen vollgepackt klingt wieder blöd aber so diese relation zu einer a6 karte mit so einem kleinen dino finde ich dann schon schwierig da das noch irgendwie ja so ein bisschen na ihr wisst schon es ist mir einfach zu kleines motiv obwohl ich ja sagen muss christine bringt ja auch immer ganz viele coole beispiele die zeigt ja auch immer ganz tolle karten diese mit ihren stempeln macht und ich glaube sie hat auch dieses jahr wieder die stempel verarbeitet aus den adventskalendern ich habe das leider nicht so verfolgt weil ich zeitlich einfach nicht geschafft habe wenn ich muss ich mal da reingucken also es gibt ja es ist ja wie gesagt jedem seins der eine mag kleine motive der andere mag lieber größere motive das motiv selber ist total drollig ich muss mal gucken ansonsten würde ich eventuell auch für eine atc nutzen obwohl ich zum atc machen kommen komme leider gottes so dann ein stempel den ich richtig cool finde auch wieder motiv stempel aber ein cooler motiv stempel die größe passt super und das motiv finde ich mega das nennt sich shine bright finde ich total cool mit dieser glühbirne gefällt mir richtig gut ich glaube da kann man viele dinge mit in verbindung bringen wenn man das als motiv stempelt wie zum beispiel mir geht ein licht auf oder ja so gewisse dinge kann man damit denke ich ganz gut in verbindung bringen so dann haben wir wieder an den alt bewährten kumpel mit dabei ja auch schon in den anderen adventskalendern vertreten war und zwar haben wir hier komme was wolle ja dieses kleine süße schaf komme was wollen und dann haben wir hier noch ich bin für dich da ja das finde ich immer ganz cool wenn man ein motiv in mehreren varianten hat sehr schön so dann haben wir mal wieder einen tollen text stempel und das ist auch wieder einer der mir super gefällt weil das thema freunde liegt mir auch sehr am herzen und zwar haben wir hier die möglichkeiten kreative freunde freunde sind die besten jeder sollte freunde wie dich haben total cool gefällt mir richtig gut so wir haben es bald geschafft wir sind bald durch hier haben wir wieder ein motiv stempel den ich auch echt cool finde und ich finde das tatsächlich der name des stempels das auch schon aussagt auch wenn man ihn gut nutzen kann zum thema auszeit gönnen wir eine auszeit kann man eine ganz tolle karte draus machen einfach nach dem motto setzt sich mal hin und schön runde macht die beine lang wie auch immer ja gefällt mir super dann haben wir dieses süße kleine sparschwein futter für den sparschwein dann haben wir hier noch einen kleinen taler und das schweinchen hier mit dem süßen herzen damit das auch so wie es aussieht kann man das auch weglassen ja das extra mit eingebracht total niedlich so das nächste türchen ist so ein cooles türchen finde ich so für männer karten und zwar haben wir ja einmal du bist der hammer auch richtig cool denn hier natürlich noch so mit zum mit zum ja wie sagt man der kopf von dem nagel hier der nagel selber dann haben wir hier den hammer und dann noch einen holzbrett finde ich gut finde ich jetzt kommen wir zu einem kleinen kerlchen der hält gerade winterschlaf grüße aus dem winterschlaf dieser kleine teddy oder bär oder wie auch immer dann haben wir da noch eine schneeflocke und noch hier so eine kleine kerze und das müsste also ist entweder ein schnuffeltuch ja ist ein schnuffeltuch also die motive da kann man gar nicht sagen die sind wirklich alle total niedlich es kommt halt immer darauf an womit man mehr arbeitet also es gibt schon so ein zwei die weiß ich komme bei mir sowieso nicht zum einsatz ich habe tatsächlich aber bis jetzt glaube ich nicht wirklich welche weggegeben auch nicht aus den anderen adventschleinern ich muss mich dann da mal ranmachen und mal gucken weil es ist ja quatsch wenn die bei mir nur rumliegen dann vielleicht findet sich jemand der die noch sucht und unbedingt haben möchte und das passt dann natürlich besser so jetzt haben wir aber wieder eins was ich richtig cool finden was definitiv bei mir bleibt und zwar ist das hier diese kassette dieses tape du bist der star auf meinem mixtape richtig cool gefällt mir richtig super und kann ich mir auch schon eine richtig geniale karte mit vorstellen ist ja so meine zeit gewesen die 90er jahre wir haben alles auf tape gehört und auf dem vom radio aufgenommen und mit dem mit dem bleistift zurück gespult oder wieder zu auf gespult wenn sich die kassette aufgerollt hat er hat es waren noch zeiten sehr schön so dann gibt es einen stempel den ich total genial finde wieder ein text stempel aber auch wie er gemacht ist richtig schön und zwar haben wir hier einmal richtig echte post total genial also ich finde so alleine diese diese message dahinter ja also ich nehme das jetzt für mich einfach mal so als diese message ich bin ja wirklich auch ein absoluter freund immer noch von echter post von karten schreiben von briefen schreiben von päckchen schicken und 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 ich es mal klar kann man auch irgendwas über whatsapp oder übers handy schicken wenn es mal schnell gehen muss oder man irgendwas vergessen hat aber dennoch bin ich immer noch der absolute fan von sachen die man in die hände nehmen kann die wirklich von herzen kommen und die auch persönlich sind als so eine getickerte nachricht und deswegen finde ich diesen stempel gold wert also dieser stempel ist der hammer christine ich richtig richtig cool und wird denke ich definitiv in der nächsten zeit auch oft auf meinen karten umschlägen landen richtig super richtig 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 super so dann kommen wir fast zum ende und dann haben wir hier noch mal was zum thema lesen mit dabei gehabt und zwar mal hier die lesefreunde auch süß ja lesen ist bei mir in der familie grad wieder großes thema meine tochter ist wieder eine richtige leser hatte geworden und ja mal gucken vielleicht macht die mama ihr dann mal noch ein neues lesezeichen oder so das wäre natürlich auch cool ja schauen wir mal also ich denke mal die kommen bestimmt mal zum einsatz so und das letzte a8 stempel set bevor wir zu dem set vom 24 kommen ist dieses was ich richtig toll finde weil das super auch zum jahreswechsel passt lasst die korken knallen mit der sektflasche und dem korken richtig cool gefällt mir wieder super auch weil da so ein schöner großer spruch mit drin ist so das waren türchen 1 bis 23 und türchen nummer 24 ist in diesem fall der pick up da haben wir hier einmal den pick up mit dem tannenbaum und die geschenke dann haben wir noch sonnenblumen was eben halt mal eine andere jahreszeit ist schneemänner noch ein kleiner zaun also man kann hier wieder viel variieren viel hinten auf die ladefläche setzen die geschenke zum beispiel man kann auch den tannenbaum darauf legen oder eben halt hinter dem britter zaun stellen die blümchen hinter den zaun setzen ganz viel ist da möglich und gerade so verschiedene autos finde ich geht auch immer kann man auch immer mal gebrauchen habe ich nicht so viele ja super so mein fazit zum diesjährigen create a smile kalender ich finde ihn toll ja ich finde ihn toll wie immer also wie gesagt ich hätte mir tatsächlich wieder gewünscht dass auch in diesem kalender wieder wechselnd text und motiv stempel drin sind aber ist jetzt nicht ganz so tragisch es sind tolle text stempel mit dabei die mir alle gut gefallen und auch ganz viele motiv stempel die ich super finde und die definitiv bei mir einsatz finden werden also ja ich es gibt für mich nichts zu meckern wie gesagt es ist jetzt das dritte jahr wo ich create a smile adventskalender kaufe und ich werde es auch nächstes jahr oder dieses jahr wieder tun ich bin davon überzeugt die sind toll und ich bin damit zufrieden und alles wo ich merken werde dass ich es halt nicht nutze das wird dann gebe ich halt weiter ja das soll ja an dem jetzt nicht scheitern dass das irgendwo rum liegt oder sonstiges und andere vielleicht genau die motive suchen ja und dann passt das so soll es sein und ich kann mich da nicht beschweren ihr lieben das war es von meiner seite an dieser stelle zu meinen adventskalendern ich hoffe ihr hattet ein bisschen freude und vielleicht ja ich weiß ja nicht ihr habt ihr bestimmt auch schon alle gesehen aber ich wollte euch das natürlich auch noch mal zeigen ja und wir sehen uns auf jeden fall in den nächsten video da wird bestimmt in den nächsten tagen mal wieder was kommen und bis dahin wünsche ich euch eine schöne zeit jetzt stehen ja auch bald schon wieder die winterferien an also irgendwie man hatte das gefühl sind immer mehr ferien als alles andere aber ja so ist das halt ihr lieben wir verbleiben bis zum nächsten video lasst mir ein kommentar da lasst mir ein däumchen da damit ich weiß dass ihr vorbei geschaut habt und ja genießt die freizeit wie auch immer was ihr alle so macht ich meine gut viele gehen jetzt auch schon wieder arbeiten manche hängen sich natürlich nach dem jahreswechsel noch urlaub hinten dran aber eigentlich ist der alltag schon wieder eingekehrt also bei uns ist es jedenfalls so okay ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video bleibt lieb und bis dahin tschüss